Herzlich willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. Das Thema der heutigen Sitzung ist der Bedeutungswandel. Nach einer kleinen Hinführung zum Thema werde ich wichtige Ergebnisse von Bedeutungswandel, Prozesse oder Mechanismen des Bedeutungswandels und eine prominente Erklärung für Bedeutungswandel präsentieren. Das hier ist die Literaturgrundlage des heutigen Blogs und für die Ergebnisse und Prozesse des Sprachwandels werde ich mich auf Nübling et al. stützen für seine Erklärung auf Keller und Kirschbaum. Klären wir aber zunächst das naheliegende, was ist eigentlich Bedeutungswandel? Das Zeichendreieck ist uns jetzt schon sehr oft behilflich dabei gewesen, Zusammenhänge in der Semantik deutlich zu machen und auch jetzt können wir wieder darauf zurückgreifen. Sprachwandel können wir beispielsweise erforschen, indem wir uns auf die sprachliche Form- oder Ausdrucksseite fokussieren und schauen, wie sich Formen zwischen Zeitschnitten verändern. Das kann man natürlich für jede Größeneinheit sprachlicher Formen machen, etwa für Phoneme, Morpheme, Lexeme oder Phrasen. Entsprechend hat man es dann auch mit phonologischem, lexikalischem, morphologischem oder syntaktischem Wandel zu tun. Wenn wir uns stattdessen den Inhalt, die Bedeutung eines Ausdrucks, ob jetzt Morpheme, Wort, Phrase oder etwas anderes, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten anschauen, dann haben wir es mit Bedeutungswandel zu tun. Viele Wandelprozesse auf der Formseite sind dabei relativ regelmäßig und direktional, das heißt der Wandel verläuft in bestimmte Richtungen und in andere nicht. Und die spezifischen Wandelprozesse haben auch unter gleichbleibenden Sprachgebrauchsbedingungen relativ stabile Wandelraten, das heißt der Wandel erfolgt mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Beim Bedeutungswandel ist das anders. Er weist weniger vorhersagbare Muster und auch Richtungen des Wandels auf. Es gibt zwar auch hier Muster, manche werden heute noch zur Sprache kommen, aber sie sind oft allgemeiner als diejenigen von Wandelprozessen auf der Formseite. Und auch die Wandelraten scheinen kaum vorhersagbar zu sein. Man kann den Bedeutungswandel grundsätzlich aus zwei verschiedenen Perspektiven untersuchen. Die eine Perspektive geht von einem als konstant angenommenen Ausdruck aus und schaut von ihm aus auf das, was er bedeutet und die Gegenstände, auf die er sich bezieht und wie sich das verändert. Was bedeutet und worauf bezieht sich ein Ausdruck zu verschiedenen historischen Zeitschnitten? Das ist die sogenannte sehmasiologische Perspektive. Eine sehmasiologische Fragestellung wäre beispielsweise, wie sich die Bedeutung des Wortes als Frau in der deutschen Sprachgeschichte verändert hat. Dabei wird der Wortkörper Frau als eine Art konstanter Type angenommen, der sich in der Sprachgeschichte nur äußerlich verändert hat und von diesem Type aus wird auf die Bedeutung geschaut, und zwar zu verschiedenen Zeitschnitten. Die andere Perspektive schaut genau umgekehrt von als konstant angenommenen Gegenständen oder Gegenstandsbereichen darauf, durch welche Ausdrücke sie ausgedrückt werden. In Bezug auf Wandelfänomene schaut man entsprechend von den Gegenständen oder Gegenstandsbereichen darauf, wie sich die Ausdrücke oder auch Wortfelder verändern, durch die sie ausgedrückt werden, und erinnern Sie sich an Just Triers Wortfelduntersuchung zu den Verstandeskräften um 1200 und 1300. Er hatte untersucht, wie die menschlichen Verstandeskräfte zu diesen beiden Zeitschnitten jeweils ausgedrückt werden. Damit hat er eine sogenannte onomasiologische Perspektive eingenommen. Wir werden im folgenden Bedeutungswandel vor allem aus der semasiologischen Perspektive, also von den Ausdrücken aus, betrachten. Und wir beginnen damit bei den Ergebnissen oder Resultaten semantischen Wandels. Dabei handelt es sich um eine Sammlung und Systematisierung von Wandelresultaten, die die ältere Bedeutungswandelforschung angelegt hat. Dabei hat diese Forschung noch keine Aussage zu Auslösern und Mechanismen gemacht, das heißt keine großartigen Erklärungsversuche unternommen. Zunächst möchte ich Sie an den Begriff der Polysemie aus Sitzung 4 erinnern. Polysemie liegt vor, wenn ein Ausdruck mehrere Lesarten oder Bedeutungsvarianten aufweist, die aber untereinander Ähnlichkeiten, gemeinsame Merkmale aufweisen. Die Polysemie, und deswegen erwähne ich sie hier, ist bei den meisten Wandelprozessen mitbeteiligt. Bedeutungen von Ausdrücken verändern sich nicht schlagartig von Bedeutung A nach Bedeutung B, sondern meistens bestehen, nachdem ein Ausdruck Bedeutung A hatte, lange Zwischenstadien, in denen er A und B bedeutet und dabei die Kontexte mehr werden, in denen der Ausdruck nur noch B meint. Synchron ist das Polysemie, Diachron ergibt es Bedeutungswandel. Die Polysemie hat in der folgenden Liste an Ergebnistypen von Bedeutungswandel deshalb einen besonderen Status, sie ist nämlich meistens beteiligt. Kommen wir aber damit zum ersten echten Ergebnistyp beim Bedeutungswandel, der Bedeutungserweiterung. Was passiert, wenn sich die Bedeutung eines Ausdrucks erweitert? Er verliert in seiner Geschichte ein oder mehrere Bedeutungsmerkmale. Jetzt könnte man sagen, hä, wenn er Bedeutungsmerkmale verliert, warum erweitert sich dadurch die Bedeutung? Die Antwort ist, weil er Bedeutungsmerkmale verliert, wird er auf mehr Gegenstände als vorher anwendbar. Die Bedeutung wird sozusagen weniger restriktiv, weniger speziell. Zwei Beispiele sind Fertig und Werden. Bei Fertig hat eine lexikalische Bedeutungserweiterung stattgefunden. Es kommt von Fahrt und hieß einmal so etwas wie für die Fahrt gerüstet. Bis heute hat es Merkmale verloren, die auf die Fahrt bezogen sind. Es bezeichnet jetzt, dass jemand oder etwas bereit oder abgeschlossen für alles möglich ist, nicht nur für die Fahrt. Und es ist auch nicht mehr darauf beschränkt, dass eine Person bereit für etwas ist. Es können auch Gegenstände sein, wie wenn eine Wohnung bezugsfertig ist. Fertig hat also Bedeutungsmerkmale verloren und ist dadurch weiter anwendbar geworden als früher. Bei Werden ist das anders. Es hat nicht bloß eine lexikalische Bedeutungserweiterung erfahren, sondern es hat sich im Rahmen eines sogenannten Grammatikalisierungsprozesses in ein Funktionswort, in ein grammatisches Wort verwandelt. Und ein Teilprozess dieses Grammatikalisierungsprozesses ist, dass ein Ausdruck in seiner Bedeutung verblasst oder sogar ganz entleert wird, so dass es am Ende nur noch synsemantisch grammatische Funktionen erfüllt. Eher der Ausdruck. So hat werden, einst wenden und auch entstehen bedeutet, war also ein Vollverb. Heute hat es primär die Funktion eines Passivauxiliars und einer Kopula in Ausdrücken wie gesehen werden und astronaut werden. Ein wahrer Fundus für die Reduktion semantischer Merkmale und den Aufbau grammatischer Bedeutung sind Intensitäts- und Gradpartikeln, wie hier die aufgeführten. Sehr, arg, furchtbar usw. bezeichnen oder bezeichneten ursprünglich negative körperliche Empfindungen. Zustände usw. wie Schmerzen und Furcht haben sich aber auch dazu entwickelt, die Intensität oder den Grad von etwas auszudrücken. Ich bin sehr müde, arg beleidigt, furchtbar nett, irre schnell und entsetzlich freundlich. Das ist auch mit Ausdrücken passiert, die Mengen bezeichnen. Viel zu schnell, voll kacke, total super. Und solche Ausdrücke, die Gewicht, Stärke und Größe betreffen, schwer am Keuchen, stark alkoholisiert. Solche, die den Grad der Wirklichkeit von etwas bezeichnen. Wirklich schlimm, echt schade. Hier sind Bedeutungsverblassungen im Spiel, die die Ausdrücke so schematisch gemacht haben, dass sie andere Ausdrücke modifizieren können. Außerdem sind offensichtlich auch metaphorische Prozesse im Spiel, aber dazu später mehr. Man sieht an den Beispielen auch, dass bei Bedeutungserweiterungen und anderen Resultaten von Bedeutungswandel die ursprüngliche Bedeutung nicht verschwinden braucht. Sie kann durchaus weiter bestehen. Neben der Bedeutungserweiterung gibt es auch die Bedeutungsverengung oder Spezialisierung. Dabei passiert in etwa das Umgekehrte wie eben. Ein Ausdruck bekommt mit der Zeit ein Merkmal oder mehrere Bedeutungsmerkmale dazu und so wird sein Anwendungsbereich kleiner. Dafür ist Fahren ein Beispiel. Fahren bezeichnete im Alt- und Mittelhochdeutschen noch eine Form der menschlichen Fortbewegung, und zwar jede Form der menschlichen Fortbewegung, nicht nur diejenige mit einem Hilfsmittel. Das ist aber heute der Fall. Wer fährt, benutzt dafür ein Hilfsmittel. Dieses Merkmal ist also zu Fahren dazugekommen, und damit ist es jetzt auf weniger Situationen anwendbar, und damit hat es eine Bedeutungsspezialisierung erfahren. Als drittes kann man oft Bedeutungsverschiebungen beobachten. Eine Bedeutungsverschiebung hat stattgefunden, wenn eine Bedeutung A in eine neue Bedeutung B übergegangen ist, sodass in B nichts mehr von A erkennbar ist. Die Bedeutungsverschiebung kann auf Bedeutungserweiterungen und Verengungen zurückgehen. Oft ist sie auch kaum trennscharf davon zu unterscheiden. Das Zauberwort heißt hier erkennen. Wer nämlich in Fertig noch die Fahrt erkennt, für den oder die hat Fertig eine Bedeutungserweiterung erfahren, für die, die diesen Zusammenhang nicht mehr erkennen, wäre es eine Bedeutungsverschiebung. Die Bedeutungsverschiebung ist oft Begleiterscheinung einer sogenannten Polysemenflucht. Das heißt, aus Ökonomiegründen, die Sprache ist äußerst effizient, werden Polysemien oft auch abgebaut. Und die Bedeutungsverschiebung ist etwas, womit sich Polysemie eben abbauen lässt. Das Wort Billig bietet ein Beispiel für die Bedeutungsverschiebung. Es ist von angemessen, fair, übergegangen zu preiswert bis hin zu minderwertig und wertlos. In jedem Schritt sehen Sie noch den semantischen Zusammenhang zum vorangegangenen, aber in der letzten Bedeutung ist die Ausgangsbedeutung eben nicht mehr zu erkennen. Neben der Bedeutungsverschiebung gibt es auch eine Bedeutungsübertragung. Dazu gehören zum einen Bedeutungsentlehnungen und zum anderen sogenannte Volksetymologien. Bei der Bedeutungsentlehnung verändert sich die Bedeutung eines Ausdrucks durch die Bedeutung eines anderen, meist aus einer anderen Sprache entlehnten Ausdrucks. Ein Beispiel ist Realisieren, das im Deutschen, entlehnt aus dem Englischen, immer stärker die Bedeutung bemerken oder begreifen annimmt, ursprünglich bedeutet es aber verwirklichen. Bei der Volksetymologie verändert sich die Bedeutung eines Ausdrucks, der isoliert im Wortschatz dasteht, und zwar durch den Einfluss anderer Ausdrücke, die ähnlich klingen. Kommen wir nun nach Erweiterung, Verengung und Verschiebung, Übertragung zu zwei weiteren Ergebnistypen von Bedeutungswandel, der Bedeutungsverschlechterung oder Pejorisierung und der Bedeutungsverbesserung oder Meliorisierung. Bei beiden gehen qualitative Bewertungen, die einstmals Konnotationen waren, in die Denotation eines Ausdrucks über. Eine Bedeutungsverschlechterung kann eintreten, wenn ein Ausdruck mit positiver Bedeutung eine neutrale oder negative annimmt und wenn ein Ausdruck mit neutraler Bedeutung eine negative Bedeutung annimmt. Bei Billig handelt es sich nicht nur um eine Bedeutungsverschiebung von fair angemessen zu minderwertig wertlos, sondern offenbar auch um eine Bedeutungsverschlechterung von einem neutralen Ausdruck zu einer negativen Bedeutung. Besonders eindrücklich lässt sich das am Wortfeld der Bezeichnungen für erwachsene weibliche Personen demonstrieren. Alle hier aufgeführten Ausdrücke haben seit dem altdeutschen Peorisierung erfahren oder zeigen Anzeichen der Peorisierung. Weib war einmal die neutrale Bezeichnung für Frau. Frau war einmal die Bezeichnung für eine adlige, sozial hochgestellte Frau. Frauenzimmer wurde nach der Abwertung von Frau zur hochgestellten Frau und dann als Frauenzimmer abwertend gebraucht wurde, wurde Dame aus dem Französischen für hochgestellte Frauen verwendet. Und ähnliches ist mit Dirne, Mamsel und Magd geschehen. Nicht selten betreffen die Abwertungen sexuelle Liederlichkeit und Verfügbarkeit oder insgesamt tabuisierte Übertritte der sehr engen sozialen Normen, denen Frauen zu entsprechen hatten oder auch noch haben. Das Gegenteil zur Bedeutungsverschlechterung ist die Bedeutungsverbesserung oder Meliorisierung. Sie ist aber viel seltener. Beispiele sind Marschall und Ratatouille. Der Marschall war einmal ein einfacher Pferdeknecht, ist aber nun ein hochrangiger Militärrang und Ratatouille war einmal ein Reste-Fraß und ist jetzt ein beliebtes französisch-stämmiges Gericht. Hier sind noch mal die Ergebnisse semantischen Wandels zusammengefasst. Ich habe sie mal in Paare zusammengefasst. Die Erweiterung versus die Verengung auf der linken Seite, die Verschiebung und die Übertragung in der Mitte und die Verbesserung und Verschlechterung auf der rechten Seite. Kommen wir nun zu den Mechanismen semantischen Wandels, also Mechanismen, nach denen Bedeutungswandel geschieht. Neue Bedeutungen von Ausdrücken gehen sehr oft auf Metaphern zurück. Dabei handelt es sich um eine Übertragung von Bedeutung von einem Quellbereich in einen Zielbereich. Quell- und Zielbereiche müssen dafür schon irgendwie vergleichbar sein. Die Richtung der Bedeutungsneuerung ist dabei so, dass die metaphorische Bedeutung im Zielbereich die Neue ist. Wenige Beispiele von Zahllosen sind die Wörter begreifen und erfassen für Verstehensprozesse. Etwas im Griff haben für Kontrolle und Tischbein, Brückenkopf und Fingerhut für Komponenten von Gegenständen. Die semantischen Quellbereiche dieser Ausdrücke sind fast immer solche der leiblichen Erfahrung oder insgesamt des sensomotorischen Bereichs und die Zieldomänen sind eher solche, die weniger konkret sind und indirekter erfahren werden. Die Wendung etwas im Griff haben zeigt, dass die wörtliche Bedeutung des Quellbereichs und die übertragene des Zielbereichs auch nebeneinander existieren können. Man kann sowohl den Lenker fest im Griff haben, als auch seine Schwäche für Schokolade. Sobald die Bedeutung aus dem Quellbereich verschwunden ist, ist die Metapher lexikalisiert. Erfassen können wir nur noch abstrakte Dinge. Den Lenker können wir nur noch ergreifen, aber nicht mehr begreifen oder erfassen. Begreifen oder in diesem Falle erfassen ist ganz stark lexikalisiert. Eine ganz stark lexikalisierte Metapher. Es gibt sogar so etwas wie mutmaßlich universelle Metaphorisierungspfade, zum Beispiel für die Adjektive, die Sinneswahrnehmung betreffen. Hier in dieser Abbildung bilden die weiter links stehenden Sinne die semantischen Quellbereiche für die Adjektive der weiter rechts stehenden Sinne. Das heißt, die Bedeutungen der Sinne weiter links werden auf die Sinne weiter rechts übertragen, aber eben nicht umgekehrt. Das macht ja den Pfad aus. Anders gesagt, die Sinne weiter rechts werden infolge von Bedeutungswandel mit den Mitteln der Sinne weiter links ausgedrückt. Man kann diesen Metaphorisierungspfad tatsächlich in zahlreichen Sprachen beobachten, auch solchen, die nicht miteinander verwandt sind. Beispiele aus dem Deutschen sind scharfes Messer für Gefühl versus scharfes Curry für Geschmack, scharfer Geruch für den Geruch, scharfer Winkel für den Gesichtssinn, das Sehen, oder warme Füße, warme Farben, tiefes Wasser, tiefer Ton. Viele andere gewandelte Wortbedeutungen gehen auf Metonymien zurück. Dabei nehmen Ausdrücke als eine ihrer Lesarten die Bedeutung anderer Ausdrücke an, die dem gleichen Frame angehören und über Kontiguität mit ihnen verbunden sind. Wenn wir sagen, Jerusalem und Abu Dhabi haben Gespräche aufgenommen, dann stehen die beiden Ausdrücke für die Hauptstädte hier tatsächlich für die jeweiligen Staaten bzw. deren Repräsentanten. Die Ausdrücke haben als eine ihrer Lesarten die Bedeutung anderer Ausdrücke angenommen, die dem gleichen Frame angehören und mit denen sie über Kontiguität verbunden sind. Jerusalem ist mit Israel und Abu Dhabi mit den Vereinigten Arabischen Emiraten über Kontiguität verbunden. Kontiguität bezeichnet dabei irgendeine Beziehung der Nähe, zeitlich, räumlich, kausal oder anders. Die Hauptstädte sind mit ihren Staaten über eine Teil-Ganzes-Relation verbunden. Noch andere Metonymien, die lexikalisiert sind, sind zum Beispiel Ernte und Rechnung. Bei denen hat der Ausdruck für eine Handlung die Bedeutung des Handlungsergebnisses angenommen. In Bachmann-Lesen hat der Name der Autorin die Bedeutung des Werks der Autorin angenommen. Und in Toll hat ein Ausdruck für einen Effekt die Bedeutung der Ursache für diesen Effekt angenommen. Auch bei Metonymien gibt es so etwas wie feste Wandelpfade. Beispielsweise findet bei Ausdrücken für Körperteile der Wandel nach dem Pass-Pro-Toto-Prinzip statt, also dass der Teil für das Ganze angewendet wird. Entlang von bestimmten Teil für ganzes Pfaden wie Nabel, Bauch, Rumpf, Körper und Person ändern sich die Bedeutungen von Ausdrücken für Teile zu Ausdrücken für das nächstgrößere Ganze, aber nicht umgekehrt nach einem Totum-Pro-Pate-Prinzip. Das heißt, in einer Sprache kann der Ausdruck Nabel für Bauch verwendet werden durch einen Wandelprozess. Bauch kann Rumpf bedeuten, Rumpf kann Körper bedeuten und Körper kann dann ganze Person bedeuten. Immer vom Teil zum nächstgrößeren Ganzen findet hier die Bedeutungsübertragung statt, aber dieser Pfad funktioniert nicht umgekehrt. Bei der Implikatur handelt es sich eigentlich schon um einen pragmatischen Schlussfolgerungsprozess, bei dem eine Äußerung offensichtlich gegen bestimmte Konversationsregeln verstößt, sodass man davon ausgehen muss, dass mit ihr noch etwas anderes gemeint sein muss. Und das muss man im Äußerungskontext erschließen. Wenn ich jetzt sagen würde, meine Tochter ruft, dann wäre das nicht besonders relevant für Sie. Sie können aber schlussfolgern, dass ich die Aufnahme dafür unterbrechen muss, die Sie gerade anschauen, damit ich mich um meine Tochter kümmern kann. Das ist eine Implikatur ihrerseits. Nun kann es sein, dass ein Ausdruck in einem immer wiederkehrenden Kontext so oft Gegenstand einer Implikatur wird, dass die kontextabhängige pragmatische Bedeutung zu einer kontextunabhängigen semantischen Ausdrucksbedeutung wird. Die Implikatur wird auf diese Weise konventionalisiert. Das ist beispielsweise bei mehreren temporalen Konjunktionen im Deutschen und in vielen anderen Sprachen passiert. Manche dieser Konjunktionen haben noch eindeutig temporale Lesarten. Seit Otto hier ist, regnet es ununterbrochen. Das bedeutet hier auch eine zeitliche Relation. Während sie liest, hört sie Musik. Ebenfalls eine temporale Bedeutung. Und man muss das Eisen schmieden, weil es heiß ist. Das ist jetzt eine neuhochdeutsche, ziemlich wörtliche Paraphrase eines mittelhochdeutschen Satzes. Im Mittelhochdeutschen hieß weil nämlich noch während. Dieses weil ist mit unserer Weile verwandt. Und das bezeichnete im Mittelhochdeutschen noch einen Zeitraum. Sie sehen, bei diesen drei Beispielen sind die Beziehungen zwischen den Teilsätzen noch eindeutig temporale Beziehungen. Damit eine erschlossene Bedeutung, eine implikatierte Bedeutung konventionell werden kann, muss der Ausdruck eine Zeit lang Polysem sein. Und Polysem sind diese Ausdrücke die Konjunktionen in sogenannten Brückenkontexten. In solchen Kontexten können sie das bedeuten, was sie schon immer bedeutet haben, nämlich temporale Relationen, aber auch schon etwas anderes, das pragmatisch erschlossen wird, weil die eigentliche Bedeutung gegen Konversationsmaximen verstößt. Beispiele wären, seit Otto hier ist, ist die Stimmung schlecht oder während sie liest, wischt er die Wohnung und er legte sich ins Bett, weil er Kopfschmerzen hatte. Hier kann neben den temporalen Relationen auch schon jeweils eine andere Relation gemeint sein, z.B. eine der Begründung, eine des Gegensatzes und noch eine weitere der Begründung. D.h. die Konjunktionen können in solchen Brückenkontexten schon sowohl temporal als auch logisch verstanden werden. Seit ist im Neuhochdeutschen noch keine kausale Konjunktion, aber in diesem Satz hier werden wir zu der Implikatur eingeladen, dass Ottos Anwesenheit ursächlich für die schlechte Stimmung ist und nicht nur zeitlich damit in Verbindung steht. Seit könnte also in Zukunft zu einer kausalen Konjunktion werden. Während kann hier schon als Äußerung eines Gegensatzes gelesen werden und für weil hat es wahrscheinlich auch Brückenkontexte wie diesen hier in der Vergangenheit gegeben. Sobald die Implikatur dann konventionalisiert ist, können die Konjunktionen auch ausschließlich logisch gebraucht werden. So in Kontexten, in denen temporale Lesarten sogar völlig unplausibel sind. So wie hier. Ein Beispiel aus dem Englischen. I won't attend to the party since I don't like him. Und während sie fünf Tage arbeitet, hat er das ganze Jahr frei. Und ich gehe nicht zur Party, weil ich ihn nicht mag. Das englische Beispiel zeigt, dass anders als das deutsche Seid, das kausale Bedeutungsaspekte gerade erst entwickelt, bei Sins eine kausale Lesart schon konventionalisiert ist. Und weil im Währendsatz gar nicht zwangsläufig eine Gleichzeitigkeit der Ereignisse vorliegt, muss mit einer adversativen Bedeutung hier interpretiert werden. Und auch beim Weil-Beispiel im letzten Beispielsatz ist eine temporale Beziehung unplausibel. Im Neuhochdeutschen kann Weil auch schon gar nicht mehr anders als kausal verstanden werden. Tabus und heikle Themen werden oft dadurch verbal abgemildert, dass sie beschönigt werden. Und wenn das oft genug geschieht, dann können die beschönigenden Ausdrücke die Bedeutung des beschönigten Sachverhalts annehmen. Und diesen Mechanismus nennt man Euphemismus. Euphemismen sind hinreichend aus der Sprache der Politik bekannt, aber auch im Alltag sind sie ziemlich häufig. Heikle Sachverhalte sind zum Beispiel Tod, Sexualität, menschliche Ausscheidungen und Abweichungen von Schönheits- oder intellektuellen Idealen. Da entschlafen Menschen, gehen heim, scheiden dahin, Soldaten fallen, Paare lieben sich, schlafen miteinander, jemand tritt aus, wirft aus, verschwindet mal kurz, Leute sind kräftig oder einfach gestrickt. All das lässt sich auch mit weniger Beschönigung ausdrücken. Ist dann allerdings weniger höflich bzw. verstößt dann gegen solche Tabus und versteckt die Heikelheit von Themen nicht. Der letzte Mechanismus, der hier angesprochen werden soll, ist die Ellipse. Dabei wird ein Ausdruck verkürzt, oft auch um einen Sachverhalt zu euphemisieren. Und der verkürzte Ausdrucksteil kann dabei die Bedeutung des vollständigen Ausdrucks annehmen. Hier sind einige Beispiele für Ellipsen. Die Pille für die Anti-Baby-Pille. Trinken für alkoholsüchtig sein. Leck mich für den Ausdruck von Verachtung. Mal müssen dafür, dass jemand zur Toilette gehen muss, wobei Toilette selbst schon ein Euphemismus ist. Aufschneiden für Prahlen. Das war ehemals das Braten beim gemeinsamen Festessen mit einem großen Messer vor aller Augen. Okay, hier sind nochmal die Mechanismen semantischen Wandels aufgezählt mit einer Kurzcharakterisierung, welcher Mechanismus sich genau dahinter verbirgt. Wir kommen jetzt noch zu einem Erklärungsmodell für semantischen Wandel. Es beschreibt aber nicht bloß die Ergebnisse semantischen Wandels und die Mechanismen semantischen Wandels zusammen, sondern dieser Erklärungsversuch möchte eine logisch und kausal schlüssige und empirisch adäquate Geschichte darüber liefern, wie und warum dokumentierter Wandel so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Hier soll es jetzt darum gehen, welche Form solche Erklärungen generell haben müssen. Um semantischen Wandel und Sprachwandel generell erklären zu können, muss man sich klar darüber werden, was für eine Art von Phänomen Sprache ist. Denn je nachdem, als was man Sprache begreift, ändert sich auch der Typ an Erklärung, den man für diesen Wandel für adäquat hält. Was soll das aber überhaupt heißen, was für eine Art von Phänomen Sprache ist? In der menschlichen Geistesgeschichte hat man die längste Zeit gedacht, alle Phänomene der Wirklichkeit könnten einer von zwei Gruppen zugeordnet werden. Da hat man auf der einen Seite mit Naturphänomenen gerechnet. Das sind alle Phänomene, die so sind, wie sie sind, ohne menschliches Zutun. Dazu gehören die Alpen, Blumen, Flüsse, die Bienensprache, die Bewegung der Gewässer und der Gestirne und solche Sachen. Auf der anderen Seite waren da menschliche Handlungen und die Resultate menschlicher Handlungen, also menschliche Hervorbringungen, Artefakte, Künstliches, als Gegensatz zum Natürlichen. Dazu gehört die Kunstsprache Esperanto, Auch alle Geldwährungen, wie der Euro, das Morse-Alphabet, Automobile, der Stuhl, auf dem sie sitzen, der Bildschirm, in den sie schauen und die Brille, die sie aufhaben. Und wenn es jetzt darum ging, diese Phänomene zu erklären, dann hat man die Art der Erklärung davon abhängig gemacht, ob man es mit Phänomenen der ersten Art, Naturphänomenen, oder mit Phänomenen der zweiten Art, Artefakten, zu tun hatte. Die Erklärungen von Naturphänomenen sahen so aus, dass man angenommen hat, dass sie von Naturgesetzen bestimmt sind, dass die Natur kausal geschlossen ist und dass gleiche Ursachen immer gleiche Wirkungen haben. Das führt dann dazu, dass man beispielsweise anhand allgemeiner Gesetze und der derzeitigen Position der Gestirne am Himmel die Flugbahn des helleschen Kometen vorhersagen kann. Und zwar, man kann vorhersagen, wann er an unserem Himmel wieder beobachtbar sein wird, auch wenn das erst in tausend Jahren ist. Ganz anders bei den Artefakten, bei den menschlichen Handlungen. Was menschliche Handlungen betrifft, kann man keine allgemeinen Gesetze der Form, immer wenn dies oder das der Fall ist, dann hat dies, dieses oder jenes zur Folge. Sie können anhand meiner Position und allem, was Sie über mich wissen, nicht einmal zuverlässig vorhersagen, was ich in einer Minute tun werde, weil das nämlich davon abhängig ist, welche Zwecke ich mir in dieser Zeit setze und darin, welche Zwecke ich mir setze, bin ich weitgehend autonom. Deshalb, so handhabte man das lange, muss man die Hervorbringung menschlicher Handlungen mit einer anderen Erklärungsform erklären, ohne Rückgriff auf allgemeine Gesetze, aber unter Rückgriff auf Kategorien wie Motive, Mittel und Zwecke. Jetzt wird vielleicht auch verständlich, warum es entscheidend ist, als was man Sprache begreift. Wenn man sie nämlich als Naturphänomen begreift, muss man sie naturgesetzlich erklären und wenn man sie als Ergebnis menschlicher Handlungen, als künstlich, als Artefakt begreift, muss man sie erklären, wie andere historische menschliche Hervorbringungen auch. Beides hat man in der Geschichte versucht, und man versucht das immer noch. Beides ist in den Augen der Theorie, um die es jetzt gehen wird, aber nicht überzeugend. Denn Sprache, so diese Theorie, ist weder reines Naturphänomen, denn selbstverständlich ist sie von Menschen hervorgebracht, noch ist sie reines Artefakt. Sie ist nämlich in ihrer Gestalt, in ihren Regeln und ihren Konventionen, und dazu gehören die Bedeutungen von Ausdrücken, auch nicht bezweckt, auch nicht das Resultat von vorausschauendem Handeln, so wie das Morsa-Alphabet oder ein Auto. Was ist Sprache aber dann für ein Phänomen, wenn es kein Phänomen der ersten und der zweiten Art ist? Schauen wir uns kurz die Struktur einer Handlung an. Eine Handlung bringt ein Handlungsergebnis hervor und zieht Handlungsfolgen nach sich. Diese Handlungsfolgen können beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen der Handlung sein. Sie können beispielsweise die Handlung ausführen, von ihrer jetzigen Position zum Copyshop zu gehen. Wenn die Handlung gelingt, werden sie als Handlungsergebnis beim Copyshop sein. Darin besteht aber natürlich nicht der Zweck, den sie verfolgen. Der besteht eher darin, dass sie etwas kopieren. Eine beabsichtigte Nebenfolge ihrer Handlung besteht nun eben darin, dass sie kopieren können, wenn sie beim Copyshop sind. Und meistens liegen tatsächlich die Zwecke von Handlungen nicht in ihren Ergebnissen, sondern in den Nebenfolgen, die gezielt durch sie hervorgebracht werden. Ihre Handlung hat aber auch Folgen, die unbeabsichtigt sind. Vielleicht haben sie zwei Raupen totgetreten, haben jemand das Gang kurz unterbrochen oder sie haben Gras plattgetreten, als sie, statt über die angelegten Wege zu gehen, diagonal über ein Rasenstück gelaufen sind, weil es der kürzere Weg war. Jetzt stellen Sie sich vor, viele andere hätten das gleiche Teilstückstrecke zurückzulegen wie sie und würden, auch um Energie zu sparen, auch die Abkürzung über das Gras wählen. Dann wird es zwangsläufig irgendwann eintreten, dass das Gras so davon geschädigt wird, dass es abstirbt und verschwindet und einem Trampelpfad weicht. Dieser Trampelpfad ist sozusagen die kumulierten, unbeabsichtigten Nebenfolgen von ihrer aller absichtlichen Handlung. Warum diese komische Ausführung über den Trampelpfad? Nun, der Trampelpfad ist damit nämlich, so wie er entstanden ist, ein Phänomen der dritten Art, neben reinen Naturphänomenen und reinen Artefakten, denn der Trampelpfad teilt mit Artefakten das Merkmal, folgemenschliche Handlungen zu sein, auch wenn es eine unbeabsichtigte Folge ist. Mit dem Naturphänomen hat der Trampelpfad aber gemeinsam, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt das Produkt von Kausalgeschehen ist. Wir können zwar nicht vorhersagen, dass Menschen den Weg über den Rasen nehmen werden, wir können aber sagen, dass, falls sie diesen Weg wählen und sich dieses Vorkommnis hinreichend oft wiederholt, sich ein Trampelpfad bilden wird. Das lässt sich durchaus mit Naturgesetzen über die Konstitution von Gras und die Wirkung physischer Kraftübertragung auf das Gras deduzieren. Entscheidend ist, dass diese Kausalkette in Kraft tritt, sobald viele verschiedene beabsichtigte Handlungen kumulativ die gleichen unbeabsichtigten Nebenfolgen hervorbringen. Keiner derjenigen, die die Abkürzung über den Rasen genommen haben, haben den Trampelpfad anlegen wollen und trotzdem ist er da, sozusagen intelligent designt und mit einer klaren Struktur. Eine wichtige Frage ist jetzt, warum die Leute eigentlich den Weg über den Rasen nehmen. Die Antwort ist, weil sie faul sind. Ihre Handlungsmaxime, die wir rekonstruieren können, besagt, realisiere deine Zwecke mit dem geringsten möglichen Aufwand. Der Gang über den Rasen ist weniger aufwendig, als den angelegten Weg zu gehen. Hinzu kommt, dass bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind, zum Beispiel, dass die Füße nicht nass werden dabei und dass die Abkürzung zu nehmen nicht hart sanktioniert wird und ähnliches. Weil es Handlungen sind, sind die Gänge über den Rasen also nicht vorhersagbar, weil die Leute, die über den Rasen gehen, können das prinzipiell auch unterlassen. Aber wenn sie stattfinden, sind die kumulierten Effekte davon und das ist der Trampelpfad und seine Struktur naturgesetzlich erklärbar. Sie haben es wahrscheinlich längst erraten, was eine natürliche Sprache für eine Art von Phänomen ist. Eine natürliche Sprache ist nämlich wie ein Trampelpfad. Ein Phänomen der dritten Art. Die kumulierten, unbeabsichtigten Nebenfolgen von vielen verschiedenen absichtlichen Sprechhandlungen. Wie der Trampelpfad ist sie in ihrer Struktur nicht geplant gewesen, von niemandem, und dennoch ist sie das effektivste Kommunikationsmittel, das es gibt, um nicht zu sagen, intelligent designt. Wenn es stimmt, dass die Form einer Erklärung dem Typ ihres zu erklärenden Phänomens angemessen sein soll, dann muss die Erklärung von sprachlichen Phänomenen also eine solche für Phänomene der dritten Art sein. Und man nennt die Sprachwandeltheorie, die Phänomenen der dritten Art angemessen ist, eine Trampelpfadtheorie oder Invisible Hand Erklärung. Warum unsichtbare Hand? Weil Phänomene wie Trampelpfade, die Regeln und Konventionen natürlicher Sprachen, aber beispielsweise auch soziale Institutionen ganz offensichtlich wohlstrukturierte Entitäten sind und das, obwohl ihre Strukturen nicht die Effekte planvollen Handelns sind. Es ist, als ob eine unsichtbare Hand bei ihrer Hervorbringung am Werk gewesen ist. Wie sieht eine Invisible Hand Erklärung genau aus? Rekapitulieren wir kurz die Erklärung des Trampelpfads. In dem simplen Beispiel des Trampelpfads ist recht offensichtlich, wie die Homogenität der Handlungen erzeugt wird. Menschen haben die Tendenz, sich ökonomisch zu verhalten, d.h. bei der Erreichung ihrer Ziele auf die Kosten zu achten. Wenn sie dies bei den Unternehmungen von A nach B zu gelangen tun und hinreichend viele tun es, da es unsere Gesellschaft derzeit toleriert, entsteht in unserem Klima und mit unseren Graspflanzen ein Trampelpfad. Denn Graspflanzen sterben ab, wenn man hinreichend häufig auf sie tritt. Diese Erklärung des Trampelpfads hat drei Komponenten. Erstens eine Mikroebene. Auf der Mikroebene beschreibt man Handlungsweisen von Individuen, von welchen Rahmenbedingungen es abhängig ist und nach welchen Maximen sich das Handeln richtet. Auf sie baut auf, dass viele Individuen dasselbe tun. Das Ganze hat hypothetischen Charakter. Diese Maximen kann man nicht sehen. Man muss sie aus dem Beobachtbaren rekonstruieren. So ist das auch bei der Abkürzung über den Rasen aus Gründen der Energieersparnis. Die zweite Komponente ist der Invisible Hand-Prozess selbst. Er kommt zustande, weil auf der Mikroebene viele verschiedene Individuen unter gleichen Rahmenbedingungen nach der gleichen Maxime handeln. Der Invisible Hand-Prozess ist dann die kausal verlaufende Entstehung des Trampelpfads dadurch, dass sich die unbeabsichtigten Nebenfolgen der vielen einzelnen Handlungen kumulieren. Dabei können auch neue Randbedingungen entstehen. Zum Beispiel kann die Hemmschwelle über den Rasen zu gehen für andere sinken, weil sie sehen, dass das Gras bereits platt getrampelt ist. Und damit kann der ganze Prozess noch einmal beschleunigt werden. Die dritte Komponente ist die Beschreibung der erzeugten Struktur, des Trampelpfads oder eben der Regeln und Konventionen einer natürlichen Sprache. Oft steht dieser Schritt tatsächlich am Anfang. Wir haben ja auch Bedeutungswandel schon beschrieben. Wir wissen schon, was mit billig, fertig und miteinander schlafen passiert ist. Wir wissen aber nicht, wieso es passiert ist. Wir haben es beschrieben, aber nicht erklärt. Wir gehen also von der Makroebene aus und rekonstruieren hypothetisch das, was auf der Mikroebene passiert ist und wie der Invisible Hand Prozess ausgesehen hat, damit am Ende davon die sprachliche Makrostruktur steht, die wir kennen. Mikro- und Makroebene heißt das, weil auf der einen individuelle Handlungen stehen und auf der anderen überindividuelle Strukturen, nämlich beispielsweise Sprachen. Wenn man eine Invisible Hand Erklärung nicht mit der Makrostruktur beginnt, sondern mit den Komponenten 1 und 2, dann kann man die Makroebene daraus ableiten, sozusagen vorhersagen, was unter den Bedingungen, die unter 1 und 2 formuliert sind, passieren wird. In menschlichen Angelegenheiten ist das allerdings nie möglich, und zwar, weil die Struktur der Maximen und die Rahmenbedingungen viel zu variabel sind. Versuchen wir zum Schluss noch die Invisible Hand Erklärung konkret auf den Bedeutungswandel anzuwenden. Denken Sie noch einmal an den Euphemismus zurück, die beschönigende Weise, in der wir über heikle Themen sprechen. Auf der Makroebene haben wir jetzt den Zustand, dass Entschlafen Sterben bedeuten kann und das schlichtes Gemüt bedeuten kann, dass jemand intellektuell underperformt und so weiter. Wie ist das zu erklären? Was können die Handlungsweisen auf der Mikroebene, die Handlungsmaximen und die Randbedingungen gewesen sein und welche Invisible Hand Prozesse hat das in Gang gesetzt, damit die semantischen Strukturen jetzt die sind, die sie sind? Die Hypothese ist folgende. Die fraglichen Handlungen bestanden darin, dass man etwas über jemand anderes sagte, das negativ bewertete oder tabuisierte Bedeutungskomponenten enthielt, eben Krankheit, Tod, Sex, Dummheit. Die Maxime dabei war aber, sei höflich, verletze niemanden. Um das zu realisieren, verwendet man eine euphemistische Ausdrucksweise. Für ihre Adressatin ist das dann eine interpretative Herausforderung, sie muss erkennen, dass mit kräftig nicht hohe Körperkraft, sondern Übergewicht gemeint ist. Sie wird sich das pragmatisch erschließen können. Möglicherweise wird sie den Ausdruck dann bei nächster Gelegenheit selbst verwenden und so weiter, bis kräftig in der Sprachgemeinschaft Polysem ist. Der Invisible Hand Prozess startet, sobald kräftig in der Lesart übergewichtig eine kritische Frequenz in der Sprachgemeinschaft erreicht, dann wird die beschönigende Lesart des Ausdrucks zu seiner Kernbedeutung. Niemand, der kräftig mit der Maxime der Höflichkeit verwendet hatte, hatte das beabsichtigt. Die unsichtbare Hand ist's gewesen. Und noch mehr als das, nun könnte es dazu kommen, dass kräftig gar nicht mehr höflich ist, falls es nämlich gar kein Euphemismus mehr ist, weil übergewichtig zu seiner Kernbedeutung geworden ist. Und dann muss das ganze Spiel wieder von vorne anfangen. Hier ist das Ganze noch einmal zusammengefasst. Die Maxime und die Handlung auf der Mikroebene, dann die zweite Komponente, der Invisible Hand Prozess und die dritte Komponente, die Veränderung auf der Makrostruktur und der Jetzt-Zustand, die Beschreibung des Jetzt-Zustands. Und damit sind wir wieder einmal am Ende. Ich danke Ihnen einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis zum letzten Mal.